Was ja da immer ein populäres Beispiel ist, ist ja, glaube ich, Google, wie das in den mehr oder weniger Anfangszeiten so gemacht wurde, dass es eigene, und ich weiß jetzt nicht mehr die konkrete Regelmäßigkeit, es dürfte so vielleicht jedes Monat oder jedes Quartal, wie auch immer, gab es diese Möglichkeit, diese freie Arbeitszeit zu machen. Und während der Arbeitszeit wohl gemerkt, und da war der Punkt aber, dass man sich mit den Dingen beschäftigt, die einen interessieren, im Kontext des Unternehmens, im Kontext Arbeit, das heißt, da wird jetzt kein Google-Programmierer rausgegangen sein und irgendwie ein neues Fahrraddesign gemacht haben, das ist klar, sondern da ging es natürlich um Projekte, wie wir es ja schon gesagt haben, es gibt Interessensgebiete von allen Knowledge-Workern, die sehr wohl mit der Arbeit zu tun haben, das heißt, das kann man auch nutzen. Und da ging es dann irgendwie darum, dass man dort Dinge zusammenholen kann, diese neuen Ideen, die halt die Mitarbeitenden und die unterschiedlichen Teams hatten, die aber nur entstanden sind, weil es diese freie Arbeitszeitmöglichkeit gegeben hat und man nicht eben, wie wir es jetzt sagen, diesen Druck von allen möglichen Seiten gegeben hat. Und ich glaube, da ist das Beispiel immer, dass Gmail irgendwie dort rausgekommen ist bei diesen Freiarbeitszeiten und glaube ich, auch der Kalender ist irgendwie dort groß weiterentwickelt worden. Also das sind absolut Dinge, die bringen ja irgendwie das Unternehmen selbst vorwärts.